Ale, 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 Ale Ich bin immer noch psychisch komplett am Ende. Das ist wirklich auch belastend, finde ich. Nach so einem langen Spiel dann 17, 18, 1,5 Meter zu kommentieren. Kruzifix, ey. Und natürlich verlieren wir diese Scheiße. Es ist einfach so typisch. Ich kann gar nicht analysieren, weil ich so im Strahl kurz gerade. Deswegen überlasse ich dir die Analyse der Beginn der Partie. Ja, wobei die Abschlussanalyse von dir ja in allen Punkten richtig ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Torloses Unentschieden nach 90 Minuten. Und dann der 18. Elfmeter bringt die Entscheidung. Aki Mangdiawusi verschießt ihn. Oder wir können auch sagen, Marius Funk hält ihn. Und da mit 9 zu 8 eben das Endergebnis aus Sicht der Schanzer. In einem, ja über weite Strecken auch komischen Spiel. Totopokal Donnerstagabend. Und die ersten Minuten super vom SSV-Jahren. Lass es die ersten 6, 7 sein. Viel Tempo drin. Salah und Faber über die rechte Seite mit viel Tempo. Ein Agila Ganaus vorne drin. Torgefahr noch Mangelware. Aber spielerisch sehr, sehr gute Ansätze. Aber dann auf einen Schlag ein Bruch im Spiel. Ja, also ich bin ja nicht der größte Fan von Michael Kölner. Auch von seinem trainerischen Stil her und so. Aber taktisch hat er uns in der ersten Halbzeit echt den Zahn gezogen. Mit dieser Dreierkette, die dann zur Fünferkette wird, wenn wir versuchen, über die Außen zu kommen. Aber andererseits haben sie auch immer die linke Seite überladen. Weil sie wussten, wenn wir auf die rechte Seite rüberspielen, ist Brian Hain nicht das ballsicherste Spieler. Da hat dann das Pressing einfach funktioniert. Also der Plan war, dass wir die Spielverlagerung auf die Seite von Brian Hain machen. Und dann haben sie das Pressing erhöht und haben immer den Ball gewonnen. Und das hat einfach 40 Minuten lang funktioniert. Da muss man auch als, ich finde ich als Trainerteam, keine Ahnung, auch wenn es eine Demütigung ist, dann muss ich nach 20 Minuten mein System umstellen. Wenn ich merke, der gegnerische Trainer hat mich ausgecoacht. Wir haben dann zur Halbzeit das System umgestellt und wir sind die viel bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit gewesen. Das hätten wir ab Minute 20 haben können. Und das ärgert mich, dieses rumabgewahrte, vielleicht wird es doch noch besser. Und das ärgert mich brutal gerade, weil du hättest dieses Spiel gewinnen können müssen, wenn du alles investierst, auch von taktischer Seite her. Um das ein bisschen genauer auseinanderzuklamüsern, was du meinst, Robert. Wir hatten Joe Enochs mit zwei Spitzen heute im Aufgebot. Hat zwar jeder gefordert, hat auch die ersten sechs Minuten, wie du sagst, geklappt, aber dann haben sie uns halt aus dem Spiel genommen. Entschuldigung. Das hat gut geklappt. Das stimmt, vor allem Hottmann und Gannaus als Warnspieler agierend. Aber das ist ein Mittel, das der FCI schnell heraus hatte, wie sie das am besten verteidigt bekommen. Und dann viel deutlicher ins Gewicht, dass unser Mittelfeld oft unterbesetzt war, weil die Kompaktheit, sprich der Abstand zwischen vorderster Sturmreihe und Viererkette zu groß war, sodass es ein Ding der Unmöglichkeit war für Galpel und Eisenhut, diesen Raum komplett zuzubringen. Und dementsprechend war es auch schwierig, die Spieleröffnung über die Mitte zu suchen, dann die Verlagerung immer auf links erzwungen und die ganze erste Halbzeit kein Mittel mehr dagegen gefunden, mit einer Ausnahme. Das war aber passenderweise ein Standard, wenn man so will, einen Einwurf von Saller, so eine Bogenlampe auf Hottmann, der den irgendwie festgemacht bekommt, auf Gannaus rüberlegt, Ingolstadt pennt kurz und der Abschluss dann ticken zu unplatziert, funkt mit einer guten Parade. Aber die ersten sechs Minuten plus die letzte Aktion. Ansonsten gehörte das Spiel dem FC Ingolstadt in Hälfte Nummer 1. Ja, und es ist auch nicht viel passiert. Also Ingolstadt hatte eine Chance, einen Drehschuss, der verdeckt war, aber dann hat man sich generell, also nicht neutralisiert, Ingolstadt war schon die leicht bessere Mannschaft. Präsenter vor allem. Präsenter, aber hat auch nicht zu zwingenden Chancen geführt. Unterm Strich war das Unentschieden zur Halbzeit in Ordnung. Und dann haben wir eben umgestellt, also wie gesagt, für mich 20 Minuten zu spät, muss man nicht immer die Halbzeit abwarten, um große taktische Änderungen zu machen. Diavosi rein, wer ist noch reingekommen? Bulic. Und dann haben wir eben umgestellt, so wie wir es kennen, Salah und Faber auf die Außenverteidigerpositionen, Diavosi. Und da war noch Kota im Spiel. Der ist dann später gegangen für Schönfelder, glaube ich. Nee, Garnas ist dann gekommen. Garnas ist dann auf links gerückt. Kota ist rausgegangen. Stimmt, Garnas ist auf links gerückt. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Aber als Garnas dann in die Mitte gerückt ist und Schönfelder auf die Außen, ab dem Moment musst du das Spiel gewinnen. Du hast es auf deine Seite gezogen. Du hast unter dem Spiel gesagt, der Schönfelder-Effekt. Er hatte gleich zwei Chancen. Also eine eigene gehabt, glaube ich, und die andere selber vorbereitet. Da musst du eigentlich schon in Führung gehen. Dann ist Feed später gekommen. Dann kam sogar der Feed-Effekt. Wir hatten auch diese Eisenhut-Chance aus dem Mittelfeld. Das war verrückt. In der 60. Minute. Er hat quasi gesehen, dass Marius Funk, der Torhüter der Ingolstädter, viel zu weit aus dem Tor steht, schießt butterweich aufs Tor. Marius Funk muss wirklich alles, was er hat, in den Rückwärtslauf legen und leitet ihn dann gerade noch so über die Latte. Also ein Pieplitzer hätte ihn kassiert. Ja, und ich glaube danach, ich weiß nicht, danach hat man glaube ich auch noch ein oder zwei Chancen. Vor allem in der Crunch-Time. Die letzten zehn Minuten waren wir so drückend überlegen, dass es auch zum Tor hätte führen können müssen. Ja, und dann kommst du in dieses verschissene Elfmeterschießen rein. Ja, in der zweiten Halbzeit, was systematisch den Pluspunkt gegeben hat, war, dass ein dritter Mann für das zentrale Mittelfeld kam. Dass wir mit Rasim Bulic einen zusätzlichen hatten, sodass Geipel und Bulic die Standard-Doppel-Sechs bildeten, wie wir es aus der Liga kennen. Und Eisenhut auf die 8er, 10er Position gegangen ist. Und dadurch war der Raum besser besetzt. Defensiv wie offensiv. Und dann eben Schönfelder. Und du hast die Chancen gerade aufgezählt. Die eine, die du noch meintest, war Diabuzi, der sich nochmal auch durchtankt. Aber alle hatten das gleiche Merkmal. Auch Geipel stand völlig frei von Torhüter. Auch Geipel hatte noch eine Chance, ja. Das sind Dinger, die dann zu unplatziert aufs Tor kamen. Und Funk ist ein guter Torhüter. Das hat er heute auch gezeigt. Aber unterm Strich, wenn du die 90 Minuten betrachtest, vor allem, wenn wir auf Hälfte 2 schauen, ist es eigentlich so ein Spiel, wo du einen dreckigen 1-0-Sieg einfahren solltest. Oder der ein oder andere wird auch sagen, muss. Weil Ingolstadt hat ja auch die ein oder andere gefährliche Situation. Aber die dickeren Dinger waren definitiv auf SSV-Seite. Und dann eine gute, eine abgezockte Mannschaft kriegt halt der einen durchgewurschtelt und gewinnt dieses Spiel mit 1-0. Im SSV war es nicht vergönnt. Bemühen können wir der Mannschaft wiederum nicht absprechen, wie ich finde. Aber da fehlt halt dann noch vielleicht auch die letzte Abstimmung in dieser ja immer noch sehr neu zusammengestellten Mannschaft. Damit dann auch dieser letzte Pass, dieser letzte Abschluss noch genau funktioniert. Und es fehlt ein funktionierender Stürmer. Also du hast heute von keinem Stürmer irgendwas gesehen. Du hast drei Stürmer heute die Chance gegeben und alle drei waren echt brutal schlecht. Sorry. Die Chancen kamen immer nur aus dem Mittelfeld und aus dem Außen. Das, was gegen Duisburg funktioniert hat, Eisenhut, Afghanistan, hat überhaupt zu keinem Moment funktioniert. Dann hat man Hut noch eingewechselt. Ich weiß gar nicht, in der 70. oder sowas rum. Ich habe ihn kein einziges Mal gesehen, nur defensiv. Ich habe ihn nur defensiv gesehen. Ich habe ihn kein einziges Mal offensiv gesehen. Diese Box ist entweder nicht besetzt oder unterbesetzt. Und ich weiß nicht, wie du es lösen kannst, weil da bräuchst du eigentlich zwölf Spiele in unserem System. Doppelspitze funktioniert nicht, weil dann die Abstimmung im Mittelfeld, dann fehlt einer im Mittelfeld. Und Einzelspitze funktioniert nicht, weil dann steht der zu dritt alleine in der Box. Du musst irgendwann aus meiner Sicht diese Doppelsex opfern. oder die lernen besser Fußball spielen. Also sonst wirst du nie großartig Chancen offensiv kreieren, außer eben diese Sachen, die wir hier gesehen haben. Irgendeiner Schönfelder zieht durch, legt dir die in die Mitte oder schießt selber drauf. Aber die Stürmer kreieren überhaupt gar keine Torgefahr. Und das kann uns noch das Genick brechen. Was definitiv zu wenig war heute sowohl von Hottmann als auch von Ganaus als auch von Hut, sind diese klassischen Neuner-Qualitäten. Dass du auf der Abseitslinie den Schnittstellenpass suchst, dass du ihn bekommst, dass du eben genau diese Box besetzt. Das war sehr dünn tatsächlich. Als Arbeiter und als, ich habe es vorhin schon gesagt, Wandspieler, um dich anspielbar zu machen, hatten alle drei gute Aktionen. Aber das, was halt diese typische Neun im besten Fußball-Sprech halt auszeichnet, sind halt eben Knipser-Qualitäten und auch das Auge und das Gespür für die Situation, dich in solche Abschusssituationen zu bringen. Das haben wir heute nicht oft bis kaum gesehen. Ja, über das Elfmeterschießen müssen wir glaube ich nicht so viel durchkauen, aber selten so viele gute Elfmeter am Stück gesehen wie da, also in den Winkeln ans lange Eck. Bei beiden Seiten war oft der Torwart im richtigen Eck, aber der war so platziert geschossen, dass du keine Chance hattest. Also eiskalt und dann, ja, finde ich ein bisschen bitter unterm Strich, weil ich habe gedacht, jemand wie Ballers wird verschießen, wenn ich ehrlich bin, also so im Hinterkopf. Aber dass dann genau der offensive Dia, wo sie ja eigentlich zuletzt wirklich gut drauf war, dann den entscheidenden Elfmeter oder den letzten Elfmeter nicht macht, ist irgendwie zum Kotzen und irgendwie auch bezeichnend und ich weiß auch nicht. Ja, es hat irgendwie zu diesem Spiel gepasst. Es ist nie das Erwartbare passiert. Das ging im Spiel schon oft hin und her. Die eine Mannschaft kam wieder auf, wenn du es gar nicht erwartet hast und bevor du genau darüber nachgedacht hast, war die andere wieder optisch leicht im Vorteil und dieses Elfmeterschießen, da haben wir, ich beziehe dich mal mit einem, widersprich mir gerne, mit allem gerechnet, außer dass wir 17 so wirklich gut geschossene Elfmeter sehen und auch der von Diawusi, der sah nicht so schlecht aus, aber war halt eben diesen halben Meter nicht platziert genug und dann war es eben die Beute von Marius Fung. Der war zu, der war vielleicht, den wollte er zu platziert machen und hat kein Tempo reinbekommen und dann kommt der Torhüter da doch irgendwann mal hin, aber ja, ich hätte ihn gerne reinkommentiert, aber es ist auch so krass, dass Ingolstadt halt wirklich keine Nerven gezeigt hat bei diesem Elfmeterschießen, wirklich überhaupt nicht. Bulic schon so ein bisschen mit diesen, also Bulic hat ihn halt einfach nur in die Mitte gedroschen, ein normaler Torhüter, also was heißt normaler Torhüter? Der von Deichmann war genauso. Ja, genau, aber ich würde sagen, der Deichmann hat ein bisschen mehr ausgeguckt, also ein bisschen mehr Körpertäusch und Bulic ist dann einfach drauf und bam, geklappt natürlich auch, also der Erfolg gibt ihn recht, aber ich würde ihn jetzt nicht zum Hauptelfmeterschütz nennen. Naja, er hat ja genug Auswahl jetzt, Joe Enochs, für die weitere Wahl, wenn es in der Liga weitergeht, das wird nicht am Wochenende der Fall sein, Länderspielpause gilt auch für Liga 3, geht weiter dann am kommenden Wochenende, am Samstag um 14 Uhr auswärts, ich habe es vorhin schon gesagt, einer der traditionsreichsten Fußballstandorte und Stadien in Deutschland, wie ich finde, die Essener Hafenstraße, Bundesliga aus den 70er Jahren, lange, lange ist es her, mittlerweile wieder im Profifußball, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, da belohnen wir uns wieder, weil, ihr kennt mich, mich hat diese Niederlage schon sehr geschlaucht gerade. Naja, die Tendenz zeigt ja so im Pokal Pfui, DFB-Pokal aus gegen Magdeburg, jetzt aus gegen Ingolstadt, Liga bisher hui, noch ungeschlagen und ich würde sagen, mit diesem Gefühl gehen wir raus oder Robert und nehmen das Positive mit, volle Konzentration auf Liga Nummer 3. Müssen wir halt Vierter werden, um uns für den Pokal zu qualifizieren. So ist es, das soll es gewesen sein aus Ingolstadt, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Jan-Fans und bis zum nächsten Mal, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Amen.